Bombenabschoss Ganz egal was Boomjet anpackte, er musste immer der Beste sein. Man konnte ihn Tag und Nacht dabei beobachten, wie er über seinem Haus in den wogenden Wolkenebenen beim Training seine Motoren auftrete und wagenmutige Manöver hinlegte, um zum besten Himmelsurfer in den ganzen Skylands zu werden. Leider hatte Boomjet nie die Gelegenheit, bei der Meisterschaft anzutreten, weil ein Tag kam, der sein Leben für immer veränderte. Die Finsternis kam und als seine Stadt Gefahr lief, von der geheimnisvollen, fiesen Macht vollständig verzehrt zu werden, schritt Boomjet ein. Mit seinen unglaublichen Flugkünsten raste er von Haus zu Haus, rettete alle Bewohner und brachte sie in Sicherheit, kurz bevor die Finsternis seine Heimat zerstörte. Dabei entdeckte er, dass der Schutz der Skylands wichtiger war als persönlicher Ruhm. Daher machte er sich auf die Suche nach Meister Äon, um seine Dienste den Skyländern anzubieten.